Hi Leute, heute packen wir meine Geschenke aus. Das erste Geschenk ist die FC24 von meinem ersten Freund. Das zweite ist Mr. Beast Schokolade von meinem zweiten Freund. Das werden wir später mit euch probieren. Das ist das von meinem dritten Freund. Das werden wir später mit euch zusammen probieren. Hier haben wir wahrscheinlich einen Gutschein. So sieht er aus. Dann haben wir hier noch einen Gutschein von Decathlon. So sieht er aus. Dann haben wir noch Trolli-Würmer. Sehr lecker, das werden wir auch noch später mit euch probieren. Jetzt von meinem dritten Freund muss ich erst mal ausgepackt bekommen. Jetzt habe ich es ausbekommen. Ein Milka-Weihnachtsmann aus Schokolade. Sehr lecker. Alle leckeren Sachen werden wir später mit euch probieren. Jetzt kommen wir zum Hauptgeschenk dieses Geschenkes. Der gleiche rufen noch mal. So sieht er dann aus nochmal. So. Jetzt haben wir alle Geschenke ausgepackt. Und bevor ihr es vergesst, ich bin 10 Jahre alt geworden. Und nicht vergessen, liken und abonnieren. So Leute, jetzt probieren wir die Süßigkeiten. Und ich habe ganz vergessen, meinen neuen Freund Cookie herzustellen. Herzustellen, herzustellen. Okay, wir fangen an mit Essen. Leute, ich bin nicht so gut in Auspacken. Das kann also lange dauern. Deswegen brauchen wir eine Schere. So, jetzt haben wir die Schere. Jetzt haben wir es endlich ausgepackt bekommen. So sieht die aus. Übrigens, es ist die originale Sorte. Ich probiere es. Das schmeckt sehr lecker. Mh. Das schmeckt sehr gut. Mh. Jetzt müsst ihr auch testen. Das ist wirklich sehr lecker. Wir machen weiter mit den nächsten Sachen. Ich glaube, ich fange mit dem kleinen Weihnachtsmann an. Das ist ein Schokolade. Ich kriege einen Zuckerschock. Das schmeckt sehr lecker. Ja, lecker. Ich bin mal, weil ich das nicht kenne, ich bin von Diabetes. Oh, da ist ein fliegendes Schiff mit Feuer und Geschenke. Die müssen wir auspacken. Wieso wird mir ein Feuerzeug geschenkt? Wir fangen an mit diesem. Ich schneide es mir durch. Wieso ist da nichts drin? Egal, wir machen weiter. So sieht das aus. Das ist, glaube ich, eine Geschenkekarte. Okay, ich lese sie jetzt vor. Liebe Arjun, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Glück, Erfolg, gute Freunde und eine starke Gesundheit. Dein Philipp. Das ist eine Trampolinhandel-Gutschein, glaube ich. Auch sehr schön. Okay, wir machen weiter. Wir haben noch die Süßigkeiten. Aber die will ich gar nicht probieren. Habt ihr gesehen. Ich kriege noch Diabetes. Ja, den Buckel habe ich auch in Bock. Hier ist noch ein bisschen Feta-Belle-Schokolade. Ciao, Leute. Im nächsten Video spielen wir UFC 24.